Brauchst du nicht sagen, das ist live? Was denn jetzt? Wir packen jetzt noch was aus! Weil Frau Postor hat mir nicht so kaputte Controller gebracht. Ja, das Video habt ihr gestern gesehen. Nein, wir hatten noch ein Papierchen da drin. Kann nichts wildes sein. Also irgendwie ein Assatz... Live, ja. Jedenfalls für die umgebauten Playstation. Weil ich habe auch eine Playstation 2 umgebaut. Also zwei Stück. Eine Slim und eine normale. Und eventuell noch was für meine Xbox 360. Aber guck mal was drin ist. Also fang mal hier mit dem blauen an. Weil das blaue so schön blau ist. Das wird wahrscheinlich irgendein blöder Rapptaschkitter. Was soll denn hier? Was ist das denn für eine Schere? Guck mal. Mal alles so neutral verpackt hier. Boah, ich... Ich kann das nicht leiden. Oh, antistatisch. Wir haben hier ein... Antistatisch eingepackt. Bei einem Kabel eigentlich nicht so sinnvoll. Achso. Ja. Sata USB Kabel. Ich brauchte noch eins. Ich hab zwei eins. Ich brauch noch zweites. Das war ja das blaue Päckchen. Dann haben wir einmal... Sata Adopter Kabel, ja. Dann müsste ja auch die passende Festplatte dazu dabei sein. Da tippe ich mal von der Form her auf... Also wer packt denn so eine Festplatte an? Ja. Ja. Ja.